hallo leute und willkommen hier bei me apple cats ja da schaut der kleine pork nicht schlecht aus der wäsche denn heute werden ein paar mehr teile verbaut als in ihm drin stecken er hatte er um die 800 heute bauen wir 1106 teile zusammen und zwar zu einem wunderschönen bb8 mit funktionen ja kein offizielles ucs modell glaube ich aber dennoch alles dabei was so ein ucs modell eigentlich haben muss und das heißt wir haben hier eine plate eine platte dabei mit spezifikationen drauf und einen ständer wo dann unser bb8 hier drauf kommt und wir sehen hier schon so ein paar funktionen hier kann eine klappe aufgehen da kommt was raus da kommt der schweißbrenner raus ihr wisst doch aus der szene wo er den daumen hoch gezeigt hat habe ich euch eben schon gezeigt glaube ich und ja der kopf kann sich ein bisschen bewegen und da kann sich ein bisschen was drehen also ich bin sehr gespannt darauf das set hier kostet original bei lego 99 99 wer die bezahlt ist selber schuld und das gibt es überall schon wesentlich günstiger ich verlinke euch das set auch hier unten bei amazon kostet es um die 70 euro ich habe hier ich will euch nicht die nase lang machen aber ein super schnapper gemacht 50 euro habe ich hier viel bezahlt ja sehr schön und dann packen wir das set direkt mal aus ist schon eine weile her dass ich ein original lego set gebaut habe und ich brauche eine schere und für mich heißt das dann ganz speziell das wird ein sehr entspanntes bauen denn wir haben hier nummerierte tütchen wir haben bauschritt nummerierungen all das gibt es ja bei vielen anderen klemm baustein herstellern nicht die ich jetzt in der letzten zeit gebaut haben mein letztes set war von quasi ein panzer und da war gar nichts nummeriert so schauen wir mal rein einmal unsere tüten die verpackung kommt mal hier hinten an die seite ran da haben wir einmal unsere kleine anleitung da schauen wir gleich noch mal rein und ja 1 2 3 4 5 6 nummerierte tütchen sehr schön das wird easy bauen und dann schauen wir jetzt mal hier in die anleitung so da hätten wir sie sie war sinnfreierweise noch eingeschweißt hier haben wir nachher den aufkleber für die plakette und da steht baby unit astro mc droid ja er gehört zum widerstand navigation und reparaturen sind seine aufgaben bereiche 67 cm ist er hoch er hat einen holografischen projektor er hat einen schweißgerät oder ja noch ein schweißgerät irgendwie war das ist ein arc welder das ist ein bogenschweißgerät und das andere ist ein reguläres sehr schön und seine primär sensorfarbe ist rot sehr interessant legen wir mal zur seite da haben wir die anleitung ihr seht das ist so ein kleines recht dickes büchlein dafür von der allgemeinform relativ klein hier leim gebunden an der seite auf der rückseite ja noch ein bisschen werbung und dann schauen wir hier mal rein wir bekommen natürlich erst mal gezeigt ja wie funktionierten dass hier mit dem teile trainer können wir hier sogar noch uns ein video angucken wie das geht und dann geht es hier auch schon los wir sehen die einzelnen abschnitte der einzelnen tüten wie dann gebaut wird und ja was soll ich hier groß erzählen lego typisch ja da werden hier 1 bis 5 teile verbaut pro abschnitt und das ist dann sehr sehr kindgerecht einfaches bauen da wird es also keine probleme geben schauen wir noch kurz wie viele seiten wir insgesamt hier haben ganz hinten eine komplette teile liste was alles hier im set mit drin steckt dann noch mal ein bisschen werbung werbung andere star wars sets noch mehr werbung über star wars sets und dann hätten wir 161 seiten sehr schön und dann legen wir direkt mal los mit ganz entspannt der tüte nummer eins nach entspannten 26 seiten ist bauabschnitt nummer eins oder tüte nummer eins auch schon fertig hier vorne steht das ergebnis und ich war sogar so tiefen entspannt freunde ich habe improvisiert und wir ein bisschen anders gebaut aber nicht wirklich tragisch nur hier von den farben habe ich ein bisschen was grau und weiß mal gemischt das sieht man später nicht ja da war ich ein bisschen tiefen entspannt schauen wir mal drüber was wir genau gebaut haben das hier sind die teilchen die übergeblieben sind ein paar kleinteile für die ersatzteil kiste und ja zu den teilen und dann qualität der teile muss ich nicht sagen geht alles ganz wunderbar ist die schön zusammen stecken alle teile schön gut so wie man das von lego auch für den premium preis den sehr oft verlangen erwarten kann so also das teil hier haben wir jetzt gebaut das ist ja irgendeine von den seiten hier und ihr seht da sind auch schon so ein paar lift arme mit eingebaut denn so ein bisschen technik kommt ja hier später mit rein und natürlich lego typisch ja schaut euch an sie haben mal wieder alles mögliche an farben reingehauen hier grau beige blau grün orange gelb rot damit auch der letzte ja noch sieht was wohin gesteckt wird ich habe das wort jetzt mal nicht erwähnt und auch was ich interessant finde sie haben mir die technik steine und dann diese blauen technik stifte wo dann nachher nur eine noppe draus wird wenn man die einsteckt die haben sie hier bei den ganzen steinen verwendet es gibt ja extra schon diese steine wo vorne die zwei noppen sind ja da habe ich so ein bisschen das gefühl die wollten einfach die teile anzahl hoch bringen denn das waren hier schon mal 24 68 16 24 32 extra teile dadurch dass sie hier alles mit diesen kleinen noppenstiften gebaut haben aber ich will ja hier nichts böses sagen ansonsten ihr seht das sind zwei teile die separat gebaut wurden ganz kurz will ich euch das zeigen und zwar haben wir einmal das hier ist der bau der oberen platte gewesen man muss ja schon viel blättern wenn ich viel passiert also das war das erste teilchen das war so das grundgerüst und dann kam dann als zweites noch hier die platte die wurde dann einfach hier drauf gesetzt hier von der farbe schaut mal her der kleine park ja da sind genau die gleichen farben verbaut das weiß das orange das kam mir alles schon sehr sehr bekannt vor also gleiche farbpalette wie beim talk auch schon das übrigens auch ganz süß habe ich euch schon gezeigt das video verlinke ich euch schöne sache so und dann machen wir weiter mit tüte nummer zwei und da sehen wir schon auf den ersten blick jetzt kommt hier das technik innenleben zahnräder zahnstange achsen liftarme wunderbar ich bin gespannt weiter geht's kein häufchen elend ein häufchen steinchen ja die sind übrig geblieben und so sieht jetzt hier unser ergebnis aus von bau abschnitt nummer zwei technik 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 teilchen und das kommt dann hier an unser teil das wir im ersten bau abschnitt gebaut haben gleich noch mal dran das machen wir hier zusammen aber zuerst wollte ich euch noch mal kurz hier einen einblick gewähren bevor hier alles ja quasi zugebaut wird also ich kann hier einmal drehen dann wird hier unten diese zahn stange dann bewegt kann man hier auch noch mal schön sehen ja das läuft dann hier über die zahnräder rüber und dann wird hier seine schweißer flamme dann später so ausgefahren also so wird sie reingefahren klappt rein und so wird sie dann später rausgefahren da haben wir schon mal diese eine funktion hier drin dann haben wir hier noch eine zweite funktion da bin ich noch eben am schauen wenn ich da drehe dann seht ihr dann wird hier das zahnrad dreht dann hier unten das kleine zahnrad und gleichzeitig das große das dann noch mal hier auf umgeleitet wird ja was das für eine funktion wird das werden wir noch sehen und das ist im moment auch noch ein bisschen schwergängig ich muss mal schauen dass ich das vielleicht noch ein bisschen leichter hinbekommen sonst wird das schwierig mit dem drehen aber egal ich stelle mal die kamera eben hier hin und wir bauen das ganze gerüst hier mal jetzt einmal schauen ob ich das hier so hinbekomme so wir müssten das dann so umdrehen ja das müsste dann hier einfach so einmal eingesetzt werden war das sieht doch schon mal ganz gut aus und wir müssen jetzt befestigen 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 das wird einmal hier mit diesen roten pinnen hier durch gesteckt so einer sitzt und da muss der zweite doch auch passen jawohl so da haben wir es einmal befestigt und war es das schon nur an den zwei stellen wird das festgemacht kann das denn sein ja lass mal kurz schauen ja sieht aber so aus hier nur die beiden werden rein gesteckt und dann haben wir hier unser konstrukt fertig abschnitt eins abschnitt nummer zwei und ne falsche seite da kommt unsere schweißer flamme dann raus ja sehr schön leute sehr einfaches und meditatives bauen haben wir hier und von daher mache ich jetzt mal ganz entspannt und gechillt weiter aber wir können mal kurz gucken hier größenvergleichs mäßig ja also der wird glaube ich im nachhinein nicht wirklich höher werden wie hier der kleine pork also überschaubar er wird überschaubar werden hier die teilchen mache ich mal noch über zu den anderen ersatzteilen und wir sind übrigens hier auf seite 47 schon also wenn hier in einem bauabschnitt ein teil verbaut wird dann muss man oft umblättern und dann gehen die seitenzahlen schnell runter so da haben wir tüte nummer drei seht schon da ist keine technik mehr drin aber wir werden noch mal irgendeine seite fertig bauen und das mache ich dann mal das ging schnell tüte 3 ist schon geschichte hier liegt schon der deckel der hier nachher oben drauf kommt also eine seite von bb8 das ist ja standard bauen also davon werde ich wohl noch zwei stück bauen das ist immer das gleiche 1 2 3 4 teile verbunden paar platten drüber setzen und fertig ist das ganze und was wir noch gemacht haben ja wir haben hier drin ein verhüterli gebaut bzw auch schon hier das teil aufgesetzt und befestigt und dann hier ja ein gummi drüber gezogen also wir haben hier diese kupplungsstücke würde ich die man nennen und da kommt dann hier dieses gummi drum das hier übrigens so verpackt war ich habe mich da schon gewundert was da wohl sein oder drin sein könnte jetzt wissen wir es es war ein gummi und ja was der jetzt genau für eine funktion hier hat das schließt sich mir noch nicht so ganz auf jeden fall erhält hier das mittelteil ein bisschen in der mitte also so sieht es auf jeden fall aus ich setze jetzt hier noch mal live das plattenteil hier oben drauf mal kurz überlegen ob das eine rolle spielt wie rum und so rum so muss es drauf und das wird dann einfach nur hier einmal aufgesetzt in die noppen rein gedrückt so und so und hier und hier noch mal ein bisschen fest drücken und dann haben wir hier ja schon eine ganze eine ganze portion also zwei von vier seiten sind fertig so sieht das ganze hier aus wenn man da mal rumguckt interessant oder ja doch sieht ganz interessant aus und hier ist schon wieder was rausgerollt so noch mal der kurze größenvergleich stellen man hochkant dann seht ihr wie groß der kollege hier geworden ist und wir machen dann auch direkt weiter auf seite 70 mit tüte nummer 4 und da sieht man schon da ist wieder ein seitenteil was hier hauptsächlich wohl angebaut wird da wird er langsam kugel rund unser bb 8 das war dann bauabschnitt nummer vier ganz zu ende gebaut habe ich ihn noch nicht wir haben unter anderem dann hier zweimal diese seitenplatten gebaut und jeder sehr farbenfroh und dann noch mal hier so eine kleine platte die hier noch später drauf kommt beziehungsweise das wird auch der der hebel sein wo man dann die funktion mit ausführen kann an der einen seite habe ich das hier schon mal angebaut da könnt ihr jetzt sehen und wenn ich muss mal die hand wechseln wenn ich jetzt hier dran drehe dann kommt hier ja der schweißbrenner raus und dann kann ich den wieder so zurückdrehen funktioniert gut sehr leichtgängig und das gleiche kommt dann jetzt oder so ähnlich kommt das noch mal hier auf die seite und da muss ich jetzt einmal kurz schauen das muss dann ja so um hier angebracht werden das wird einfach nur hier auf die blauen noppen aufgesteckt ja die achse die wird hier einmal durchgeführt und dann kommt auf die achse im endeffekt noch das teil hier wo man dann dran drehen kann so und das mache ich mal eben flott ihr könnt gerne zuschauen also einmal schauen dass ich hier die achse durch bekomme da haben wir sie dann die noppen einmal hier schön an drücken sehr schön also rund ist also er ist schon hier jetzt recht rund geworden und jetzt muss ich noch mal kurz schauen dass ich das richtig rum ja genau so rum kommt dann auch hier der griff bereich dran und wunderbar und dann kann ich den auch hier drehen und ja jetzt jetzt erahne ich doch auch schon was das für eine funktion sein wird ich glaube das ist dann hier später dass der kopf ein bisschen hin und her wackelt ja genau schaut mal hier oben rein wenn ich dran drehe ich hoffe man kann das sehen seht ihr dort in dem loch da dreht sich dann auch was wo dann später wahrscheinlich der kopf mit einer achse drauf kommt und dann wackelt er ein bisschen und dreht sich dann gleichzeitig so oder mehr das geheimnis auch gelöst wofür das gubi verhüter die hier vorhin gedacht war übrigens ich hatte hier einen überflüssigen stein das war der hier also ab zu den anderen noch mal hier für die größe soweit haben wir es jetzt gepackt und jetzt kommt dann noch tüte nummer fünf und dann ist nur noch tüte nummer sechs übrigen dann sind wir auch schon fertig das geht wirklich sehr sehr schnell denn lego hat hier ja die teileranzahl ein bisschen künstlich hochgetrieben glaube ich durch die ganzen noppen die kommen auf alle vier seiten dann haben sie direkt schon mal 2 4 6 18 12 14 16 mal 4 glaube ich 64 extra steinchen oder teile die im endeffekt nicht viel ausmachen damit reingebracht aber ist egal es macht trotzdem spaß lässt sich gut bauen sehr entspannt und jetzt geht es weiter mit tüte nummer fünf klappe zu droide fertig naja noch nicht ganz aber ihr seht schon hier ja da fehlt nicht mehr viel ich habe nur noch eine seite offen dann ist die ganze technik hier versteckt und eben habe ich noch die seite hier angebracht ja da gibt es nix zu berichten keine funktion einfach nur um das ganze hier zuzuschließen und er ist schon richtig schöne kugel jetzt wenn ich den mal so in die hand nehme und die andere seite die ist aber ein klein wenig interessanter die zeige ich euch hier sind übrigens die teile die jetzt übrig geblieben sind kommen hier zu den anderen und dann haben wir hier noch die letzte klappe oder die letzte seitenverkleidung die drauf kommt und ihr seht wir haben hier einen kleinen technik stift der ist hier innen drin an so einem gelenk damit er sich bewegen kann und dort wird dann nachher gleich noch hier ja diese kleine außen klappe dran befestigt die kommt hier an das gelenk damit die klappe dann aufgehen kann das heißt lass mich kurz schauen glaube so rum ja ich glaube so rum und dann kann die klappe hier so zur seite hin auf schwenken damit dann hier unser kleiner schweiß arm auch rauskommen kann den hier den haben wir ja vorhin schon gebaut und ich bringe das ganze jetzt mal eben schnell hier noch an und ja wir sind mal ganz standardmäßig erst mal hier auf die noppen aufstecken darauf achten dass hier der rote pin auf der linken seite ist und dann stecken wir das mal hier drauf das funktioniert echt gut und der kollege hier der ist auch sehr stabil geworden das heißt wenn er mal komplett fertig ist kann man den also ganz hervorragend in die hand nehmen und da passiert echt mal gar nichts dabei so wie rum stecke ich das denn jetzt hier drauf ich glaube so rum genau und dann kann ich hier die klappe schließen und wo ist er denn wups dann kann hier unser kleiner schweißarm rauskommen sehr schön leider geht die klappe nicht mehr automatisch zu ok schauen wir uns nachher wenn er fertig ist noch mal dann im detail an und viel fehlt ja nicht mehr ich habe hier nur noch die tüte nummer sechs das ist schon der letzte bauabschnitt da kommt dann noch der kopf dazu und der standfuß und irgendwo steckt da noch der kleine mini bb8 drin das ist hier unten der kollege und dann ist er schon fertig schade also schön aber schade ich bin immer ein bisschen traurig wenn die dinger so schnell fertig werden so sieht auch von unten aus das ist eine standfläche und jetzt haben wir eine schöne kugel eine schöne kugel gebaut aber da wird jetzt noch ein astromech droide draußen dann astromech droide hier noch mal die größe wie üblich ja dann kommt hier noch der kopf drauf und dann ich würde sagen die werden genau gleich groß die kollegen aber ich vergleiche dann auch später noch mal mit dem r2 d zu ucs modell das ist ein ganz fantastischer droide da gebe ich euch auch noch mal den größenvergleich aber vor dem vergleichen kommt hier noch der letzte bauabschnitt tja da sind wir so gut wie fertig dass der ständer dass der kopf dass der körper da sind die übrig gebliebenen teile und da war der aufkleber drauf und ja wo fangen wir an wir fangen mal bei dem kopf an so sieht unser bb8 kopf aus vorne das große auge hier noch ein kleines sensor teilchen und der ist ganz interessant gebaut ihr seht hier mit ein paar transparent steinen reingebaut das sind ganz interessante techniken angewandt worden damit man eben überall hier einigermaßen diese rundung hinbekommt er ist natürlich trotzdem ihr seht es hier ziemlich eckig geraten aber ist in ordnung ist in ordnung teile mäßig geht hier schon einiges rein an kleinteilen auch hier das sind einmal einser die hier übereinander gesteckt wurden und wurden dann hier auf so eine auf so eine noppe dann schräg hier drüber gesteckt also da waren sie schon ein klein bisschen kreativ hier noch ein kleines transparent teilchen drin unten drunter hat er die technik achse denn das wird wie ich vermutet habe gleich hier rein gesteckt damit sich das ganze noch bewegt und haben wir noch die antennen oben drauf ja also netter kopf ein ganz netter kopf und den werde ich jetzt hier mal anbringen mit euch zusammen und dazu nehmen wir ihn und stecken den hier in den mittleren bereich einfach mal rein bis drehen dass er so dass er sitzt und er sitzt nicht nur er woppelt auch wunderbar rum ihr jetzt seht ihr ja ist doch ein richtig schöner effekt hier mit dem gummiband wenn ich jetzt hier drehe dreht sich der kopf und gleichzeitig wenn man es ein bisschen schnell macht dann wackelt er auch so schön nach vorne und hinten doch das gefällt mir gut das wirkt so wird wunderbar lebendig sehr schön sehr schön oder was meinst du ja also das haben wir dort einmal dann natürlich hier unsere funktion wenn ich hier noch mal drehe geht die klappe auf und der schweißbrenner kommt raus eine sehr schöne szene aus dem film wo er den daumen hoch gezeigt hat kleiner lacher sehr schön also noch mal hier drehen zack geht auf schweißbrenner kommt raus noch mal hier zurück drehen schweißbrenner geht rein aber ja die klappe die muss man manuell schließen und für mehr funktionen hat er ja noch nicht aber es ist ja kein technikmodell und ich finde für so eine kleine knutschkugel hier ist das schon sehr sehr schön geraten so schauen wir uns kurz hier den standfuß an da haben wir einmal den kleinen kleinen bb8 als mini figur hier vorne drauf hier ist die aufnahme wo die kugel reingestellt wird alles mit fliesen verkleidet finde ich sehr schön dann unsere standplatte mit den infos die ich ganz am anfang vorgelesen habe natürlich ist auch die wieder hier ein bisschen in der neigung verstellbar so nicht besonders viel einmal so und einmal kann man es dann hier in die schräge rein stellen und dann stellen wir unseren bb8 einfach mal da rein eine schöne kugel ist er geworden oder schaut euch an den könnt ihr überall anpacken der ist schön solide geraten und ich stelle ihn jetzt mal so hier rein sehr schön der steht echt gut und schaut euch an freunde ist das jetzt ein ucs modell oder nicht also so wie er da steht würde ich sagen ja absolut von lego selbst ist er ja keins aber ist ja scheißegal auf gut deutsch gesagt ich stelle mal hier den kollegen noch dazu so sieht der prog dann daneben aus und ihr seht er ist mit antenne ja ein klein bisschen höher wie der pork aber ohne antenne geben die sich nicht viel also sehr sehr ähnlich und ich gehe jetzt mal noch schnell den r2 d2 dazu nehmen und da stehen sie unsere drei star wars kollegen und ihr seht schon der r2 d2 ein echtes ucs modell wobei das hier kein original lego modell ist sondern der ist von leppin also der nachbau trotzdem ein super set mit led beleuchtung habe ich den sogar versehen ich habe das video ich verlinke es euch ist alles in meiner playlist drin der sieht mit led beleuchtung richtig cool aus auch für ihn hier gibt es led beleuchtung aber ich finde die sieht noch nichts aus also die passt hier einfach nicht so richtig rein denn da ist nicht so viel zum beleuchten aber beim r2 d2 sieht das echt cool aus der konnte ja auch hier seinen kopf drehen und ist natürlich eine ganze ecke größer der hat etwa doppelt so viele teile wie der bb8 aber so vom größenvergleich her der ist ja auch ein bisschen kleiner der bb8 und die kann man so richtig schön nebeneinander stellen also ich muss sagen mir gefällt er echt gut macht einen schönen eindruck hier der bb8 der bau hat spaß gemacht der war auch so kinder einfach gewesen also da gab es keine probleme sehr sehr entspannter bau den habe ich am stück jetzt hier einfach mal durchgebaut an einem schönen samstag nachmittag wieso nicht kann man machen freunde ich verlinke euch das jetzt hier unten in der video beschreibung der kostet um die 70 euro bei amazon dafür kann man hier zuschlagen 100 euro ovp würde ich sagen das ist einfach etwas zu teuer so das wäre es gewesen freunde ich hoffe ihr hattet spaß an dem video genauso wie ich hier beim bauen und wir sehen uns beim nächsten mal hier beim apple cat macht's gut